Können sich Millionen EM-Rentner ab dem 01.07.2024 auf eine rückwirkende Rentenerhöhung bis zum Beginn ihrer Rente freuen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de Oder kurz gesagt, vielleicht gilt die Rentenerhöhung für EM-Bestandsrentner, die ja zum 01.07.2024 kommen wird, auch tatsächlich rückwirkend. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja schon, dass ca. 2-3 Millionen EM-Bestandsrentner, hinterbliebenen Rentner, deren Renten nach dem 31.12.2000 und vor dem 01.01.2019 begonnen haben, die können sich bis, also die können sich zum 01.07.2024, also diesen Jahres, auf eine Zuschlagserhöhung der Rente bis 7,5% freuen. Jetzt habe ich eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de. Wir bekommen übrigens zu diesem Thema ganz, ganz viele Anfragen rein. Und da geht es um Folgendes, ich lese das mal so ganz grob vor. Also, ich bin im März 1974 geboren und habe seit dem 01.09.2009 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Diese beträgt im Moment rund 900 Euro netto. So, nun möchte ich wissen, ob es eine Nachzahlung für die kommende Erhöhung um 7,5% der EM-Rentner rückwirkend gibt oder ob diese Erhöhung erst ab dem 01.07.2024 gilt, zugerechnet wird. Ja, bevor ich jetzt auf diese Frage nochmal eingehe oder diese Frage beantworte, möchte ich nochmal ganz kurz was zu dieser Zuschlagslösung sagen und möchte mich auch für die vielen Anfragen auf rentenbescheid24.de zu diesem Thema bei Ihnen bedanken. Die meisten Anfragen kommen pauschal rein und die wollen dann immer wissen, habe ich Anspruch auf diese Erhöhung der Rente? Ich bekomme die Rente schon seit 1994. Dann haben Sie die wahrscheinlich, dann wird aller Voraussicht nach da eine schlechte Nachricht bei rauskommen oder aber ich beziehe die Rente nach dem 31.12.2000. Meinetwegen am 01.06.2014 erstmals habe ich dann auch Anspruch auf diese Zuschlagslösung oder auf diese 7,5% oder 4,5%. Solche Anfragen bekommen wir rein und wir versuchen die auch zu beantworten, aber aufgrund der Masse der Anfragen schaffen wir das natürlich alles nicht gleich sofort und wir bemühen uns auch diese Anfragen tatsächlich zu bearbeiten. Sie können aber auch gerne, wir haben auch ein kleines Paket dazu geschnürt für 59 Euro, Sie können auch gerne unser Paket EM-Renten-Check für 59 Euro zu Ihren Fragen dazu gerne buchen, das ist überhaupt gar kein Problem, dann geht es dann vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Aber jetzt komme ich mal zurück zu dieser Fragestellung, ob die EM-Rentner das auch rückwirkend kriegen. Stellen Sie also folgendes vor, unsere Mandantin oder unser Mandant bekommt seit 1.09.2009 diese volle EM-Rente und er hat jetzt hier 7,5% Zuschlag auf die, sagen wir jetzt mal pauschal 900 Euro netto. Dann müsste man das jetzt noch umrechnen in persönliche Entgeltpunkte, die kenne ich jetzt alles nicht. Nehmen Sie also die 900 Euro netto und berechnen und machen daraus 7, multiplizieren das mit 7,5, da kommt dann eine Zahl raus und dieses Geld soll dann rückwirkend sozusagen ab dem 1.10.2009 bis zum 31.06.2024 gezahlt werden und dann natürlich fortlaufend auch noch ab dem 1.07.2024, solange der Rentenbezug halt da ist. Nein, meine Damen und Herren, das wird nicht passieren. Der Gesetzgeber hat ganz klar gesagt, dass die pauschale Zuschlagslösung erst ab dem 1.07.2024 gilt. Das heißt also, erst zu diesem Zeitpunkt bekommen Sie die erstmalige Erhöhung und auch keine rückwirkende Nachzahlung. Das hat der Gesetzgeber ganz klar formuliert. Warum ist das so? Der Gesetzgeber sagt, eine Nachzahlung wäre schlicht und ergreifend nicht finanzierbar. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Das heißt also, für Sie die Zuschlagslösung entweder 4,5% oder 7,5%. Ich sage jetzt mal ganz pauschal mehr Rente. Ja, es gibt den einen oder anderen bei Ihnen, der zuckt gleich mit den Augenbrauen, sagt, oh, der Herr Knöppel hat es wieder nicht verstanden. Nein, ich habe es schon verstanden. Es geht um einen Zuschlag, um persönliche Entgeltpunkte. Aber für uns Laien ist es erstmal einfach ein Zuschlag an mehr Rente. Und so ist es ja letzten Endes auch. Das ist wirklich nur für die Zukunft gedacht. Und zwar ab dem 1.07.2024. Ja, also Sie brauchen da jetzt sich nicht unnötig verrückt zu machen und zu hoffen, dass es da auch noch eine Nachzahlung gibt. Die wird es definitiv nicht geben. Meine Damen und Herren, auch hier noch eine Bitte an Sie. Ja, ich kann Ihnen nicht garantieren, ob Sie im Einzelfall auch tatsächlich dann von dieser Zuschlagslösung mit erfasst werden. Das weiß ich nicht. Ja, Sie müssen bitte den 1.07., 1.8., 1.9.2024 abwarten. Da wird es einen Bescheid geben. Und in diesem Bescheid steht dann drin, dass Sie mehr Rente bekommen. Und sollten Sie aber vergessen worden sein und Sie haben eine Rente in dem benannten Zeitraum von 2001 bis 31.12.2018 erhalten und Sie sind nicht mit dabei, dann müssen Sie bitte einen entsprechenden Überprüfungsantrag oder einen Antrag auf Zuerkennung dieser Zuschläge bei Ihrer zuständigen Rentenversicherung stellen. Ohne einen solchen Antrag würde es dann in diesem Einzelfall nicht gehen. Aber im Grundsatz werden die Betroffenen, Begünstigten, ich würde das mal so sagen, die circa 2 bis 3 Millionen, hier von Amts wegen einen neuen Rentenbescheid bekommen. Sie müssen also keinen Antrag stellen, sondern Sie können hier entspannt abwarten und dann sich Ihren neuen Rentenbescheid angucken. Meine Damen und Herren, noch ein Tipp. Es ist die Rentenerhöhung, die Zuschlagserhöhung, ist ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Und persönliche Entgeltpunkte heißt für Sie, dieser Zuschlag ist grundsätzlich immer ohne Abschlag. Auch wenn Ihre vorhergehende Rente, auf die sich diese Zuschläge beruhen oder aus diesem Zuschlag berechnen, einen Abschlag in der Summe der Entgeltpunkte hatte, gibt es für diesen Zuschlag keinen Abschlag. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich bitte auf die Zuschlagslösung zum 1.7.2024. Wir freuen uns für Sie auch mit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und alles Gute.